Mathe! Eine Minute Pause! Weil du sehr hübsch bist. Niki geht genau in meine Spuren her. Immer verletzt sein. Ich gehe das Bein durch, rotiere meine Hüfte, setze die Wade auf seinen Nacken ab und gehe zum Trine. Deswegen kann er weder hier, weil dann ist Turm, dasselbe. Essen kann er nicht wegen dem Läufer. Und stehen bleiben kann er auch nicht. Das ist Braim Storming.